Hallo zusammen, ja für uns war es natürlich auch super schwierig in diesem Jahr ein ordentliches Training zu machen. Deswegen haben wir Trainer uns überlegt, wir gehen online und wir schicken unseren Mädels ein paar tolle Videos, damit auch jeder wirklich fit bleiben kann. Und wie das am Ende ausgesehen hat, das zeigen wir euch jetzt. Jetzt gucken wir mal, wie Verena trainiert, heimlich. Training? Nee, keinen Bock. Dann hast du Kaffee am Donnerstag gucken. Ja, ist echt. Willst du was trinken? Ja, auf jeden Fall. Eva, was sind Sie hier oben? Es ist noch Training. Jetzt hör auf, es ist langsam nicht mehr lustig. Es fällt doch alles aus. Dann lass uns wieder zurückfliegen, wie jeden Samstag. Was ist da ein Hehl los? Geht von hier an? Eierbacken, sehen wir doch. So laut. Auf und zurück in der Freizeit, aber singen wir, singen wir, singen wir, singen wir, heimlich. Eieieieiei, so geht es aber nicht. Ja, das ist ein cool Isri, dann läscht das direkt von Salz hoch. Ja, super. Dankeschön. Bis dann. Wir machen den Knie ab. Darf ich immer noch nicht trainieren? Nee, und sieht so ein feiner auch aus. Was machen wir jetzt? Wir schicken. Oh, wie schade. Ja, doch. Oh, ehrlich. So, und nun? Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.